hey leute und herzlich willkommen zurück zur programmierung in c so heute geht es um diese komischen ins hier vorne was das hier so besonderes ist und es geht um dieses return was hier unten steht was wir immer noch keine ahnung haben was das genau tut obwohl wir schon die ganze zeit da stehen haben ok dazu würde ich sagen machen wir erstmal hier ein bisschen platz mal wieder brauchen nur einmal das teil hier und das schmeißen wir auch raus so und was wir jetzt zum beispiel machen wollen ist wir können hier in dieser funktion irgendwas berechnen lassen das macht ja auch sinn denn wir wollen zum beispiel nicht immer dieses mega berechnen hier rein kopieren in unseren armen code sonst wird unsere main funktion so unglaublich lang und wir haben irgendwie kein überblick mehr deswegen lagert man solchen code auch wenn man ihn mehrmals benutzt ganz gerne aus in funktionen ich schreibe sie einfach mal hardcore berechnung rein ist ein schöner name von der funktionen solltet ja unbedingt nicht benutzen eure methoden oder funktionen sollten möglichst so heißen dass sie aussagekräftig sind sagen wir es mal so ok so und jetzt wollen wir hier natürlich nicht die funktion aufrufen die gibt es ja nicht mehr sondern die hardcore berechnung ok und hier innerhalb dieser hardcore berechnung schreiben wir uns jetzt ein integer a der wird nachher unser ergebnis beinhalten und das ist 5 plus 5 das können wir nicht mal im kopf machen das viel zu krass für uns und jetzt geben wir dieses ergebnis was wir mega stark in 10.000 zeilen code oder sowas gehabt haben geben wir jetzt hier zurück indem wir schreiben return und dann achtung semikolon wieder nicht vergessen so und dieses ergebnis das wird jetzt hier durch unsere durch unseren funktions aufruf zurückgegeben so und ja der typ hier muss natürlich derselbe sein also wenn hier entsteht dann brauche ich hier auch ein int zu den typen aber gleich noch mal ein bisschen mehr gut so jetzt muss ich nur noch hier irgendwie darauf zugreifen können und ausgeben muss ich das ganze auch noch irgendwie deswegen schreibe ich einfach mal prozent d und ich möchte a ausgeben logischerweise so und jetzt sage ich hier int a gleich hardcore berechnung ok das ist eigentlich auch schon die ganze magie dahinter wenn ich das jetzt ausführen dann passiert folgendes ihr seht ich habe schon mal aufgenommen der postbot hat gerade noch geklingelt und nicht so cool deswegen ja mache ich das ganze einfach noch mal und ich habe vergessen die konsole zu lernen aber hey egal irgendwie wollen die leute immer ganz ganz viel von mir wenn ich tutorials aufnehmen aber naja egal ok was wir jetzt hier machen können ist nämlich wir können dieses ergebnis hier in unseren integer rein speichern dazu müssen wir einfach nur ein integer hier definieren und gleichschreiben wichtig ist dass wir hier nicht dieses a von hier unten als gegeben annehmen denn so haben wir ein problem das habe ich euch hier auch schon mal hier haben wir direkt dass wir a nicht definiert haben hier oben steht es auch schon wieder genau also das bedeutet wir müssen uns hier oben diesen integer neu definieren so jetzt ist aber der name auch völlig egal namen sind schal und rauch wie ich immer gerne sage und wir haben hier dieses int ergebnis können wir es auch einfach nennen wir können so nennen wie wir wollen einfach der return wert der kommt durch die funktion zurück also das was hier durch hardcore berechnung hier unten in return drin steht das können wir abfangen über das über dieses gleichheitszeichen hier oben und da ist es egal wie das ganze ding sich nennt oder wie oder was das passt alles so so das heißt ich kann das jetzt auch so ausgeben und genauso benutzen als hätte ich jetzt da oben a hingeschrieben ist völlig egal wie wir das ganze hier nennen also die namen hier muss man nicht darauf achten wie die heißen es kann ja zum beispiel sein dass euer kollege die die funktion für euch geschrieben hat und sie euch auf einem in einer externen datei gegeben hat und ihr diese hier inkludiert habt das werden wir alles noch machen und dann habt ihr einfach nur den zugriff auf diese funktion hier genutzt habt keine ahnung was das im prinzip tut das ganze vertraut eurem kollegen da blind dass der alles richtig berechnet hat und dann schreibt ihr einfach in das ergebnis gleich und fertig sind wir so einfach ist das und ja das sind rückgabewerte von funktionen das schlüsselwort hier ist natürlich return so jetzt hat man aber nicht immer den rückgabewert manchmal möchte man einfach gar nichts zurückgeben und in dem fall geben wir auch einfach hier Entweder sagen wir wir geben in zurück und lassen uns return einfach weg wir geben einfach nichts zurück dann ist der standard wert wir können es gerade mal machen wenn ich das return weg lasse dann passiert das hier es funktioniert alles ganz gut aber wir kriegen den standard wert hier zurück über unser ergebnis der ist nämlich null also a ist einfach nicht zurückgegeben worden wenn ihr nichts zurückgebt dann wird auch kein wert irgendwie implikiert ja zurückgegeben also wenn ihr das weglasst dann ist es weg okay und standard wert für ins ist einfach null deswegen war ich jetzt gerade nur als ausgabe wenn ihr wirklich nichts zurückgeben wollt und ihr wollt auch dass euer geben ihr wollt auch dass euer gegenüber das weiß dann schreibt ich hier einfach wollte hin Void bedeutet wir geben nichts zurück und wenn ich jetzt hier versuche a zurück zu geben dann kriege ich erst mal einen fehler denn es macht ja keinen sinn zu sagen ich möchte bitte nichts zurückgeben und dann probiere ich doch einen integer zurück zu geben also sage ich einfach mal das hier weg und wenn ich das jetzt aufrufe habe ich immer noch ein problem ich versuche nämlich hier oben mein ergebnis Gleich hardcore berechnung zu setzen aber hier kommt ja gar nichts mehr zurück das heißt ich kann auch mein ergebnis nicht mehr irgendwie da draufsetzen das heißt es funktioniert nicht klar ok wenn ihr jetzt frühzeitig zurück sein zurückgeben wollt dann könnt ihr auch einfach dieses return benutzen also mit void zum beispiel könnt ihr auch return benutzen allerdings gibt die hinten dann einfach nichts an sondern schreibt einfach nur return Und jetzt noch mal einen ganz kleinen punkt zu diesem return wenn ich jetzt hier egal ob ich eine void oder ein int oder auch ein float oder was auch immer hier könnt ihr jeden datentyp zurückgeben den ihr gerade so wollt Aber sagen wir mal einfach wieder standardmäßig ein integer zurückgegeben ich möchte hier a zurückgeben und jetzt achtung jetzt schreibe ich hier unten noch printf Unterhalb von return und das ist nämlich der trick von return Danach das wird einfach nicht mehr ausgeführt Wir kriegen nur noch diesen return wird aber dieses printf was hier unten drunter steht das ist nicht mehr da alles was unterhalb von dem return wert steht Oder von generell einfach nur return das macht einfach gar nichts das ist einfach Toter code nennt man das ganze weil er nicht mehr ausgeführt werden kann denn wir haben ja hier schon unseren code zurückgegeben Sozusagen und jede berechnung in anführungsstrichen die hier unten irgendwas noch macht hinter diesem return die ist einfach sinnlos für die funktion Und deswegen wird sie auch gar nicht mehr ausgeführt das heißt wenn ihr return geschrieben habt dann ist alles unten drunter toter code Gut jetzt gibt es natürlich solche fälle wo man sagen möchte if a gleich 10 Dann sagen wir hier return a zum beispiel und ansonsten Else Return 0 oder sowas Und das ist auch durchaus in ordnung und ihr könnt ihr auch jetzt dann noch mal sowas machen Und jetzt sagen wir hier mal a ist keine ahnung 11 jetzt aktuell mal Jetzt würde ja nur zurückgegeben werden wenn a gleich 10 ist jetzt ist aber 11 das heißt unser else code wird ausgeführt Und es wird ein print ausgeführt und dann wird 0 zurückgegeben schauen wir uns das ganze noch mal an Wir kriegen hier unterhalb von return also unterhalb von diesem return hier denn das wird ja gar nicht ausgeführt werden wir überhaupt nicht in diese If schleife rein if schleife vorsicht es ist keine schleife in diese if verzweigung reinkommen Ähm es wird nur dieser else teil hier unten ausgeführt und hier ist das print ja oberhalb von return das heißt es wird noch ausgeführt Okay Ja soviel zu return also wie gesagt ihr könnt hier vorne jeden typ zurückgeben achtet nur darauf dass das was hinter diesem return Schlüsselwort steht also das hier auch wirklich eurem typ entspricht Spezialtyp hier ist jetzt void denn void bedeutet einfach ich möchte nichts zurückgeben Okay das war es eigentlich für heute auch schon wieder und ja wir hören uns beim nächsten mal wenn es weitergeht mit funktionen da gibt es nämlich noch ein paar tricks die ich euch zeigen möchte alles klar bis zunächst mal